Herzlich Willkommen zu meiner Einführung in die Marktanalyse. Die hier vorgestellten Methoden und Vorgehensweisen sind das Resultat meiner langjährigen Erfahrung als Leiter der Abteilung Business Development in einem global aufgestellten Unternehmen. Auch wenn sie vor dem Hintergrund der Anforderungen in Industriefirmen entwickelt worden sind, können die Verfahren und Tools sinngemäß natürlich auch in anderen Unternehmen, etwa Dienstleistungsunternehmen, angewandt werden. Marktanalysen werden in Unternehmen vor allem im strategischen Management für Zwecke der Strategieanalyse und der Strategieplanung, aber auch im Marketing und im Produktmanagement eingesetzt, wo Marktkenntnisse und Informationen von besonderer Wichtigkeit sind. Eine professionell durchgeführte Marktanalyse sollte Antworten beispielsweise auf folgende Fragen liefern. Welche sind die wesentlichen Markttrends? In welche strategischen Markt- und Kundensegmente lässt sich der Markt sinnvoll strukturieren? Wie hoch ist das Marktvolumen und wie entwickeln sich die jeweiligen Markt- und Kundensegmente? Was sind die attraktivsten Marktsegmente? Wie verteilen sich die Marktanteile der Firmen, die in den verschiedenen Segmenten aktiv sind? In der folgenden Präsentation werde ich einige wichtige Aspekte der Marktanalyse sowie eine Auswahl von Tools, die hier zur Anwendung kommen, vorstellen. Bei der Durchführung von Marktanalysen muss im Vorfeld geklärt werden, welcher Markt betrachtet wird und welche Märkte relevant in dem Sinne sind, dass sie überhaupt bearbeitet werden können. Schaut man sich nämlich konkrete Marktgegebenheiten an, also etwa Märkte für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen oder bestimmte Länder, dann können im Hinblick auf die Adressierbarkeit und Bedienbarkeit von Märkten typischerweise drei ganz unterschiedliche Situationen vorliegen. Erstens, der Markt ist generell zugänglich und wird auch bedient. Zweitens, der Markt ist generell zugänglich, wird aber nicht bedient. Drittens, der Markt ist unzugänglich und wird deshalb auch nicht bedient. Wegen der Abstufungen im Marktvolumen, die sich hierbei ergeben, spricht man auch oft von einer Marktkaskade, was die Darstellung auf dieser Seite sehr schön veranschaulicht. Gründe, weshalb ein Markt nicht zugänglich ist, können beispielsweise sein, nicht vorhandene Produktzulassungen oder staatlich geschützte Monopolstellungen oder Vorgaben für lokale Wertschöpfung oder gesetzliche Restriktionen. In allen anderen Fällen sind Märkte grundsätzlich adressierbar. Gründe, weshalb sie dennoch nicht bedient werden, können etwas sein, die Produkte sind wegen fehlender Funktionalität oder Performance nicht konkurrenzfähig oder das Preisniveau bzw. die Margen sind nicht attraktiv, die Marktdurchdringung ist mangelhaft, also die Marktanteile zu gering oder Kunden präferieren lokale Hersteller. Besonders solche adressierbaren, aber nicht bedienten Märkte bieten jedoch Potenzial für Umsatzsteigerungen oder Marktanteilsgewinne. Die Bedingungen und Erfolgschancen für einen Markteintritt müssen allerdings in jedem einzelnen Fall genau untersucht und gegen die Risiken und Kosten abgewogen werden. Erst nach einer gründlichen Analyse der betreffenden Märkte sollten eine Markteintrittsstrategie definiert und geeignete Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. Die Marktanalyse sollte dabei möglichst viele Aspekte behandeln, wie etwa Marktvolumen, Marktentwicklung, Preisniveau, Kriterien der Marktattraktivität, Konkurrenzsituation, Marktanteile, Kundenstruktur, Kundenwünsche, Distributionswege, Trends, Markttreiber etc. Einige dieser Aspekte werde ich nachfolgend genauer erläutern. Auf dieser Seite sind 11 Typen von Marktanalyse Dokumenten aufgelistet, die sich als Standardmethoden und Tools sehr bewährt haben. Diese Instrumente decken einen Großteil des gesamten Prozesses der Marktanalyse ab. Dieser Prozess beginnt bei der Analyse von Markttrends und Einflussfaktoren, den sogenannten Markttreibern. Nach der Marktsegmentierung mit der Definition und Abgrenzung des Zielmarktes folgt die Bestimmung der Marktgröße und die Prognose der weiteren Marktentwicklung. In der Regel gibt es eine Vielzahl von Sichten auf einen Markt. Dieser Tatsache wird mit der Bildung diverser Marktstrukturen Rechnung getragen. Dabei kann es sich um regionale oder technologische Strukturen handeln, aber auch um die Marktabdeckung durch verschiedene Branchen, Kundengrößen, Preissegmente oder Vertriebskanäle. In jedem Fall stellt die Einschätzung der Attraktivität des Zielmarkts anhand definierter Kriterien ein wesentliches Ergebnis der Marktanalyse dar, weil anhand dieser Einschätzung strategische Entscheidungen getroffen werden. Beispielsweise, wenn es um die Expansion von Unternehmen oder den Eintritt in neue Marktsegmente geht. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch die Kenntnis, wie sich die Marktanteile im Zielmarkt auf die verschiedenen Wettbewerber verteilen. Für jedes dieser bewährten Standardergebnisse existieren übrigens Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und teilweise auch unterstützende Excel-Dateien, die der Erfassung, Verwaltung und Aufbereitung von Daten sowie der automatischen Berechnung von Ergebnissen und der automatischen Erstellung von Diagrammen dienen. Diese kostengünstigen Tools können auch auf meiner Website www.strategie-und-planung.de bestellt werden. Das Erkennen und Verstehen von Markttrends stellt einen ersten wichtigen Schritt der Geschäftsplanung dar. Markttrends sind relevante Umfeldentwicklungen, die sich auf das Geschäft auswirken und deshalb für die Unternehmensstrategie von entscheidender Bedeutung sind. Sie lassen sich beispielsweise einteilen in Technologietrends, die sich auf Produkte, Funktionalität, Design etc. auswirken können. Oder Veränderungen im Kundenverhalten, etwa geänderte Einkaufsgewohnheiten, wie im Falle von Online-Bestellungen oder auch bei Rabattsystemen. Wettbewerberverhalten, zum Beispiel wenn Konkurrenten in neue regionale Märkte oder benachbarte Marktsegmente expandieren. Oder die Etablierung neuer Geschäftsmodelle oder Wertschöpfungssysteme, wie das bei Software- und Service-Modellen der Fall ist oder beim Angebot von Komplettpaketen. Neben den Trends, die zumeist beobachtbar und gut beschrieben bzw. empirisch erfasst sind, gilt es auch die sogenannten Markttreiber zu erkennen, also die Einflussfaktoren, die Trends auslösen oder deren Stärke und Richtung bestimmen. Markttreiber resultieren häufig beispielsweise aus neuen Gesetzen und Vorschriften, wie etwa bei einer Liberalisierung von Märkten, aus Standardisierungs- und Normierungsergebnissen, aus grundlegenden Innovationen oder Erfindungen oder aus sogenannten Megatrends, die im Prinzip allgegenwärtig und von umfassender, langfristiger und durchgreifender Bedeutung sind, wie zum Beispiel Globalisierung, Internetpenetration, Verstädterung oder Bevölkerungswachstum. Bei der Markttrendanalyse empfiehlt sich folgendes Vorgehen. Erstens Identifikation der relevanten Markttrends. Zweitens Analyse der trendbestimmenden Faktoren, also der Markttreiber und der Kausalitäten. Drittens unter Umständen Anwendung der Szenariotechnik, wo mögliche konkrete Marktszenarien definiert werden. Viertens Analyse und Prognose, welche Auswirkungen Trends oder Szenarien auf die eigene Geschäftsplanung und Geschäftsentwicklung besitzen. Und schließlich im fünften Schritt proaktive Ausrichtung der Strategie und der Berücksichtigung der Trends, also zum Beispiel von technischen Innovationen, geänderten Kundenwünschen oder von neuen Geschäftsmodellen. Ausgangspunkt für Marktprognosen ist eine strategische Marktsegmentierung. Für die dabei gebildeten Marktsegmente sollen nun Prognosen über die jeweiligen Marktvolumina, die zukünftige Marktentwicklung und damit einhergehend die Wachstumsraten entweder jährlich oder durchschnittlich getroffen werden. Die Kenntnis dieser Marktdaten ist für die Bestimmung der Marktattraktivität und somit für Entscheidungen über Produkt- und Serviceentwicklungen sowie für die Festlegung der zugehörigen Vermarktungsstrategien von großer Bedeutung. Bei den Marktprognosen werden Marktvolumina der einzelnen Marktsegmente und des Gesamtmarktes dargestellt. Und zwar entweder für jedes Jahr des Planungshorizonts inklusive Angabe der jeweiligen jährlichen Wachstumsraten, der AGR, was für Annual Growth Rate steht, oder nur für Ausgangs- und Zieljahr inklusive Angabe der durchschnittlichen Wachstumsraten. Man nennt das dann CAGR für Compound Annual Growth Rate. Beim Ausgangsjahr handelt es sich in der Regel entweder um das aktuelle oder um das letzte volle Kalenderjahr. Was den Vorteil hat, dass man sich für die Prognose auf zumeist bereits gesicherte ISDaten abstützen kann. Wenn für das aktuell laufende Jahr ebenfalls nur Prognosen gestellt werden können, werden die tatsächlichen Wachstumsraten möglicherweise verfälscht. Die Festlegung des Zieljahres hängt entscheidend von den unternehmerischen, strategischen und planerischen Zielsetzungen ab. Der Prognosehorizont sollte aber in jedem Fall kurz- bis mittelfristig, also mindestens drei Jahre sein. Für die Erhebung der Daten kommen im Wesentlichen drei Techniken zur Anwendung. Erstens Techniken der Primär- und Sekundärmarktforschung, mit denen die Basisdaten ermittelt werden. Zweitens Prognosetechniken, mit denen die aktuellen oder Istwerte verschiedener Marktparameter, wie etwa der Mengen, Preise, Distributionswege etc. in die Zukunft projiziert werden. Und drittens Marktmodelle für die Transformation der Ausgangsdaten, vor allem für die Zuordnung der Marktdaten zu den definierten Marktsegmenten oder auch zu verschiedenen regionalen Einheiten. Ziel sollte in jedem Fall sein, quantitative Marktdaten zu erhalten und neben Mengenangaben auch monetäre Werte, d.h. Umsatzzahlen darzustellen. Wie wir eben gesehen haben, ist eine wichtige Aufgabe von Marktanalysen, die zukünftige Marktentwicklung zu prognostizieren. Dafür kann sich die Marktanalyse verschiedener Prognosetechniken bedienen, die in der Übersicht auf dieser Seite dargestellt sind. Also etwa die Verwendung geeigneter Marktmodelle, Szenario- und Trendanalysen, Hochrechnungen oder Experteneinschätzungen. Für die Prognose gibt es unterschiedliche Komplexitätsstufen. Im einfachsten Fall werden nur die Liefermengen bzw. Stückzahlen betrachtet, wie das oft bei PKW, Mobiltelefonen etc. der Fall ist. Wird das Marktvolumen, also der Wert der Mengen angegeben, sind als weiterer Parameter die Marktpreise zu berücksichtigen, wobei zu beachten ist, dass hierbei oftmals große regionale Unterschiede existieren. Gelegentlich muss zwischen Endkunden und Herstellersicht unterschieden werden. In diesem Fall müssen zusätzlich Distributionsstrukturen und Vertriebsspannen in die Betrachtung mit einbezogen werden. In den meisten Fällen existieren verschiedene Detaillierungsgrade, die zu berücksichtigen sind und die aus den abzudeckenden Markt-, Kunden- und Technologiesegmenten oder auch aus unterschiedlichen Leistungsklassen resultieren können. Basis für Marktprognosen ist die gewählte strategische Marktsegmentierung. Das bedeutet, die zukünftige Marktentwicklung, Marktvolumina und Wachstumsraten werden für die zuvor definierten Marktsegmente ermittelt. Eine grundlegende Strukturierung des Marktes stellt die Unterteilung der Zielmärkte in Produkt- und in Servicemärkte dar, die sich in der Praxis als sehr zweckmäßig erweist. Daneben sind aber weitere sogenannte Marktsplitz vorteilhaft, die sich mehr an Zielgruppen orientieren. Beispiele hierfür sind insbesondere Regionen, also etwa Kontinente, Wirtschaftsräume oder einzelne Länder bzw. Ländergruppen oder Branchen- oder Industriesektoren, wie Banken und Versicherungen, Gesundheitswesen, Energieversorgung, Handel und Dienstleistungen usw. oder Kundensegmente, die sich beispielsweise an der Kundengröße orientieren, die wiederum an solchen Kriterien wie Mitarbeiterzahl, Umsatzvolumen oder der Zahl der Betriebsstätten gemessen werden kann. Unterschiedliche Arten von Marktstrukturen liefern differenzierte Hinweise darauf, bei welchen Zielgruppen das Vermarktungspotenzial am höchsten ist. Damit können Marketing- und Vertriebsstrategien sehr präzise adjustiert und beispielsweise auf die Regionen, Branchen oder Firmengrößen mit der voraussichtlich größten Nachfrage besonders ausgerichtet werden. Weitere Strukturierungsmöglichkeiten sind z.B. Vertriebskanäle oder Innovations- bzw. Technologiegebiete, wie sie im Bild auf dieser Seite gezeigt werden. Also die Einteilung von Märkten in verschiedene Innovationskategorien, wie z.B. in alte vs. aktuelle bzw. traditionelle vs. ganz neue bzw. innovative Technologien oder Anwendungsbereiche. Selbstverständlich lassen sich die verschiedenen Strukturierungsmerkmale auch miteinander kombinieren, wodurch noch genauere Potenzialanalysen und Feinjustierungen der Strategien und Maßnahmen ermöglicht werden. Etwa durch Adressierung der wichtigsten Branchen in den strategisch bedeutsamsten Wirtschaftsregionen. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass dann auch die Komplexität entsprechend zunimmt. Die Einschätzung der Attraktivität von Marktsegmenten ist eine wesentliche Voraussetzung, um die unternehmerischen Aktivitäten systematisch auf diese Zielmärkte auszurichten. Dies gilt vor allen Dingen für die Festlegung des Portfolios, für Planung und Entwicklung entsprechender Produkt- und Serviceangebote sowie für die zugehörigen Vermarktungsstrategien. Die Bestimmung der Marktattraktivität erfolgt in vier Schritten. Erstens Definition der Kriterien, die aus Sicht des Unternehmens die Attraktivität eines zu bedienenden Marktes ausmachen. Dazu zählen generelle Kriterien, wie etwa Marktvolumen, Marktwachstum, Wettbewerbsintensität oder Eintrittsbarrieren, die im Prinzip immer Gültigkeit besitzen. Daneben sind aber auch noch weitere Punkte zu berücksichtigen, beispielsweise Kundenstruktur oder Vertriebskanäle, die für die Art und Weise der Marktbearbeitung von Bedeutung sein können. Zweitens Bestimmung der Gewichtungsfaktoren zu jedem Kriterium. In diesen Faktoren spiegeln sich vor allem die Zielsetzungen des Unternehmens wider, aber auch die unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, um einen Markt zu bearbeiten. So wird ein auf Expansion ausgerichtetes Unternehmen den Kriterien Marktwachstum und Wettbewerbsintensität relativ hohes Gewicht beimessen. Ein Unternehmen, das über eine starke Vertriebsorganisation verfügt, wird die Kriterien Kundenstruktur und Eintrittsbarrieren verhältnismäßig stark gewichten. Drittens Festlegung der Zielmärkte. Das sind normalerweise die definierten Marktsegmente. Es können aber auch rein regionale Märkte, zum Beispiel Länder oder Wirtschaftsräume, bezüglich ihrer Attraktivität für eine bestimmte Kategorie von Produkten oder Services miteinander verglichen werden. Viertens Ermittlung der Ausprägung jedes Kriteriums für alle Märkte, die bewertet werden sollen. Die Ausprägung kann sowohl quantitativ, zum Beispiel durch Angabe des Marktvolumens in absoluten Zahlen, als auch qualitativ, zum Beispiel Wettbewerbsstärke von sehr hoch bis sehr niedrig ausgedrückt werden. Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Märkte bezüglich der Kriterien und um aus einer Reihe von Einzelkriterien eine Gesamtbewertung pro Markt zu ermitteln, muss jedoch jeder Kriterienwert auf eine einheitliche Skala abgebildet werden. Etwa von plus plus, was sehr gut entspricht, über plus, null und minus bis hin zu minus minus, was sehr schlecht entspricht. Will man außerdem die Gewichtungsfaktoren schlüssig in die Bewertung mit aufnehmen, empfiehlt sich ein komplett mathematisches Modell. Bei einem solchen Modell ergibt die Summe der Gewichtungsfaktoren 100% und die Werte der qualitativen Skala müssen jetzt numerischen Werten zugeordnet werden, zum Beispiel von plus plus entspricht 5, plus entspricht 4 bis hin zu minus minus entspricht 1. Die Gesamtbewertung lässt sich nun als numerischer Wert darstellen, womit letztlich eine Reihenfolge der attraktivsten Marktsegmente resultiert, die als Input für strategische Entscheidungen dient. Damit Marktanalysen ihre wichtige Aufgabe erfüllen können, nämlich fundierte Inputs für Strategieanalysen und Strategieplanung zur Verfügung zu stellen, sind umfangreiche und vor allem zuverlässige Daten und Informationen über die Marktsituation und die weitere Marktentwicklung erforderlich. Viele Ergebnisse von Marktanalysen wie etwa Markttrendaussagen, Kundenanforderungen, Marktprognosen oder Marktanteilsdiagramme können nur erzielt werden, wenn Markt- und Kundeninformationen systematisch erhoben und anschließend zielgerecht aufbereitet werden. Wesentliche Voraussetzung für diesen Prozess ist die Erschließung geeigneter Informationsquellen, sowohl für die Primär- als auch für die Sekundärmarktforschung. Die Übersicht zeigt die wichtigsten Informationsquellen und gibt Beispiele an, in welcher Form die Markt- und Kundeninformationen vorliegen können. Einige praktische Hinweise sollen zeigen, dass die Auswahl und Erschließung der Informationsquellen keineswegs ein trivialer Vorgang ist. Eine Kundenbefragung etwa muss unbedingt systematisch geplant und durchgeführt werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte hier bei der Methodik, zum Beispiel Online-Befragung versus Interviews, dem Erstellen des Fragenkatalogs, der möglichst repräsentativen Kundenauswahl, der Kundenansprache, gegebenenfalls der Auswahl eines zu beauftragenden Interviewers etc. gewidmet werden. Die Auswahl oder eventuelle Beauftragung eines Industrieanalysten sollte auf Basis eines einschlägigen Kriterienkatalogs erfolgen, um sicherzustellen, dass der Analyst über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und der Ergebnisreport qualitativ und quantitativ den Erwartungen entspricht. Und ein institutionalisierter Feedback-Prozess von Vertrieb oder Service erfordert einerseits sehr viel Disziplin bei den beteiligten Personen und Stellen, das heißt dem Feedback-Anliegen muss auch ein entsprechender Stellenwert eingeräumt werden, gegebenenfalls unterstützt durch geeignete Incentives, andererseits müssen wirksame Formate und Tools eingerichtet werden, mittels derer das Feedback strukturiert, erfasst, an die zuständigen Stellen weitergeleitet und schließlich systematisch ausgewertet werden kann. Wie bereits erwähnt existieren für jede dieser Methoden, nicht nur für die im Detail vorgestellten, sondern für alle elf zuvor aufgelisteten Methoden, auch Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und in Form unterstützender Excel-Dateien. Ebenso existiert eine sehr umfangreiche Präsentation zur Marktanalyse, weit ausführlicher als diese hier, die noch mehr Informationen zu Vorgehensweisen und Aspekten der Marktanalyse enthält und natürlich auch zu allen hier nicht näher erläuterten Methoden und Tools. Für alle, die daran Interesse haben, bitte besuchen Sie diesbezüglich meine Website www.strategie-und-planung.de, über die sowohl die Tools als auch diese ausführliche Präsentation bestellt werden können. Ich bedanke mich für das Interesse und die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Vielen Dank!